Moin moin, liebe Seniors, liebe Senoritas, liebe Fabrikbesitzer. Wie der ein oder andere von euch sicherlich weiß, stecke ich momentan in einer Umschulung und lasse mich umschulen zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Deshalb auch ein bisschen wenig Content momentan auf meinem YouTube-Kanal, weil das Ganze geht jeden Tag von 8 bis 16 Uhr. Schlaucht schon, ist viel Input. Die ersten zwei Wochen haben wir über Wirtschaftsprozesse und Geschäftsprozesse gesprochen, das war langweilig. Die nächsten zwei Wochen waren Arbeitsrecht, das war auch langweilig. Und dann die letzten zwei Wochen jetzt waren Grundlagen, Hardware, da ging es dann schon ein bisschen mehr ans Eingemachte. Nachdem ich mit der Schule immer so um 16 Uhr fertig bin, bin ich aber nicht untätig, sondern bringe mir nebenbei noch selbst das Programmieren bei. Denn in der Umschulung geht es bis jetzt noch nicht um Programmiersprachen oder sowas, sondern wir fangen quasi beim Rechenschieber an und wie überhaupt PCs aufgebaut sind und so. Deshalb arbeite ich schon mal ein bisschen vor, bringe mir das Programmieren bei, benutze dafür die gute Engine Godot momentan, oder Jedoh nennen sie auch manche, mir ist das egal, ich nenne sie Godot, auch wenn es vielleicht falsch ist. Unter anderem Brotatos wurde hier drin programmiert, ja. Und ich wollte euch mal einfach zeigen, was ich da so momentan auf die Beine gestellt habe. Das Game, ah ne, warte mal, das ist falsch. Das Game gibt es auch online, da könnt ihr immer die aktuellste Version spielen. Link seht ihr hier oben, seno.itchi.io, packe ich wahrscheinlich auch unten einfach in die Videobeschreibung. Ist noch ein Prototyp, ich habe hier jetzt auch keine Versionsnummern oder sowas, ja. Es ist auch wirklich kein sehr aufwendiges Spiel, wie ihr sehen könnt. Man ist dieses kleine weiße Quadrat, läuft hier rum und schießt die anderen farbigen Quadraten ab und sammelt Punkte. Das Ganze ist relativ easy, blaue Quadrate halten 1, 2, 3 Schüsse aus, also 3, gelbe halten 2 Schüsse aus. Das war die eigentlich auf ein grünes, aber vielleicht auch ein bisschen grünes, so grün halten 1 aus. Und rote bin ich mir glatt mit sicher, ich meine 10, 810 habe ich hier eingestellt. Und dementsprechend viele Punkte geben, wenn man sie glatt macht, jeweils für 10 HP, also für jeden HP, den sie haben, diese 10 Punkte, so. Also wir grün 1, get 2, da um 3, also 18, glaube ich. So, dann gibt es noch 2 Power-Ups hier, wunderschön, einmal schnell schießen. Ja, so 5 Sekunden hat man nachzumalen, vielleicht mal Attack-Speed. Und dann gibt es diese Power-Ups hier, die sorgen dafür, dass jeder Schuss ein bisschen kür ist, also die so magenta-farbenen, wenn ich das mal hier. Doch, selbst der rote da oben wird jetzt mit einem Schuss sterben. Und dann sammelt man eben Punkte. Das Ganze hat auch eine kleine Schwierigkeitskurve, das heißt, noch fällt es nicht so auf, aber die Quadrate kommen tatsächlich immer schneller. Äh, ja, noch geht's, aber mit jedem Spawn wird der Timer zum nächsten Spawn kürzer, sodass es exponentiell im Quadrat quasi durch die Decke schießt. Und, oder, ihr werdet's gleich sehen, es kommt da relativ schnell in den Buch gar nichts. Jetzt, selbst wenn man so ein unglaublicher Spieler als ich, könnt ihr gerne mal online ausprobieren. Momentan ist das die aktuelle Version, wenn ich das Video auf YouTube gut geladen habe, wenn ihr das hier seht, ist wahrscheinlich schon eine neue Version da, weil ich hier momentan mit der Schlimatik weiterarbeite. Und ihr seht schon, jetzt werden es tatsächlich so viele, dass ich es nicht mehr komplett gewuppt bekomme. Ja, ich bin jetzt im Code schon ein bisschen weiter. Ich dachte mir, ich will noch ein drittes Power-Up haben. Dieses dritte Power-Up soll dafür sorgen, dass Schüsse, wenn das Power-Up aktiv ist, wie ihr hier sehen könnt, nicht verschwinden, wenn sie den Rand berühren, sondern quasi zurückgesteuert werden und auf der anderen Seite der Spielverkehr wieder rauskommt. Das habe ich jetzt noch nicht völlig implementiert. Es gibt diesen Trank quasi oder dieses Power-Up noch nicht. Ich habe es jetzt erstmal so angestellt, dass es für alle Kugeln gilt. Das heißt, jeden einzelnen Schuss, den wir jetzt hier raushauen, wird auf ewig hier von A nach B splitten und manchmal auch rumgeschleudert werden. Das ist besonders lustig natürlich, wenn man jetzt das türkisene Schnellschieß-Upgrade einsandelt und eine Atenlinie bringt. Atenlinie, zack, 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 und schon kommen die Schüsse auf der anderen Seite wieder raus. So, der Grund, warum ich euch das zeige, weil ich schon ein bisschen stolz drauf bin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt in den drei Tagen auf die Beine gestellt habe. Am Anfang habe ich mich noch an einem Tutorial lang gehandelt, aber mittlerweile bin ich komplett Tutorial-los und arbeite quasi an dem Projekt einfach so weiter, lerne jeden Tag neue Sachen, versuche die zu implementieren und mir zu überlegen, okay, das könnte ich jetzt noch vieles, diesen neuen Trank oder dieses neue Power-Up quasi ins Spiele bekommen. Und es macht richtig, 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 fett viel Spaß. Ja, wie gesagt, in dieser Version jetzt hier natürlich gerade wird es so niedrig genießt werden, ähm, weil, dass die Kugeln von links nach rechts und von oben nach unten durchgereicht werden, soll natürlich nur ein Power-Up sein. Das sind fünf Sekunden-Fürgungen und das ganze Spiele. Der Grund, warum ich euch das Trotz zu zeige, ist, weil ich den Effekt, der hier gleich Eintritt, sehr cool finde. Noch sieht es nämlich eventuell so aus, als würde ich ja, dass wir endlich lange weiterspielen und einfach Punkte fahren können. Erfahrungsgemäß auf 10.000 Punkte ungefähr wird es, äh, kritisch und geht schnell bergab. Ich hoffe, mein Rekord war so weit 12.000 oder 14.000 Punkte. Das liegt einfach daran, dass die Gegner gleich wirklich sehr schnell spawnen. Ich muss ja gesagt, jeder, äh, Gegner-Spawn sorgt dafür, dass der nächste Gegner-Spawn schneller ist als der davor. Und es wird halt immer, 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 immer schneller. Und es wird halt auch immer schneller, immer schneller. Ja, das heißt, noch sieht es relativ gut aus, äh, aber gleich wird mein Bildschirm ziemlich durchdrehen. Ihr werdet mich wahrscheinlich auch einfach nicht mehr verstehen, weil es ziemlich laut werden kann, also Warnung geht raus. Und viel Spaß, wenn wir uns auf den Bildschirm angucken. Jetzt geht's los. Wir brechen durch! Fuck, wir brechen durch! Ich feier das, ist ein schönes kleines Game. Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen, Leute. Ich wollte euch nur ein kleines Update da lassen. Ich, äh, bin noch am Leben. Ich werde ein paar alte Let's Plays, die ich noch auf dem Festplatte habe, Buchladen, und habe nichts mit Faktorio zu tun. Da ist einmal Stargift dabei, da hat mir auch ein paar World-Sachen, ähm, wahrscheinlich auch Titanfall 2, ja, und noch so ein paar andere alte Projekte, um damit ich nicht mehr zu langweilen muss. Ich habe mich aber natürlich nicht vergessen. Sobald ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, gibt's dann auch wieder Faktorio-Content versprochen. So, in dem Sinne, ich wünsche euch was. Haut rein, Leute, wir sehen uns mal nächstes Mal. Und wenn ihr das gerne gucken wollt, guckt immer nach dem aktuellen Stand der Dinge und gut gehen. Die Videobeschreibung und den Link, ja. Und wisst ihr euch sonst auch gerne auf meinem Discord-Sorger, also wenn ihr das gerne habt. Also, haut rein, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.